hallo liebe leute herzlich willkommen auf meinem kanal ok was möchte ich euch zeigen geht eigentlich relativ schnell ist aber eine sache die ich mega cool finde und zwar gibt es hier auch das was ich einmal kurz wirken der ein oder andere von euch wird festgestellt haben dass es keine normale zimmerpflanze ist sondern zwiebel und knoblauch und zwar ja hier in einer ganz normalen einfachen kunststoff schale und zwar waren hier mal irgendwelche rocher oder raffaello oder weiß der geier was drin und total gut wenn man mal so ein paar zwiebelchen oder oder knoblauchzehen über hat dann kann man einfach mal hingehen ein bisschen erde nehmen nicht unbedingt die schlechteste muss auch nicht die beste sein ehrlich gesagt hauptsache die kleinen knöllchen stecken oder oder liegen auf der erde auf dann nehmen wir die knollen legen die ja oben auf drücken sie vielleicht noch so ein bisschen an zumindest so dass sie gerade stehen mit dem mit der mit der wurzel stelle nach unten natürlich weil alles andere macht keinen sinn und ja man 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 positioniert dann alles so dass es einigermaßen fest steht weil nach dem angießen nicht zu viel an gehst übrigens immer nur so dass es leicht feucht ist da kriegt man auch selber ein gefühl und zwar geht es dann wirklich am nächsten tag hat man wenn man gerade eine durchsichtige schale nimmt sofort übelstes wurzelwachstum also da wird der hund in der pfanne verrückt wie man so schön sagt da ist das ganze unten schon mehr oder weniger gut ausgefüllt mit wurzeln direkt am nächsten tag also das ist wirklich kein witz und ja dann geht es wirklich tag für tag dann wird unten dann immer immer weißer überall weiße wurzeln zu erkennen und ich sag mal so ab den vierten fünften tag fängt es dann auch spätestens dann an oben rum auszutreiben also wie man hier sieht das ist jetzt müsste jetzt noch mal nachgucken aber auf gar keinen fall länger als 14 tage also ich glaube wenn es hochkommt zehn tage so hier drin und ja ist schon eine feine sache jetzt wird sich der andere auch vielleicht denken ja besonders schön ist hat nicht und ja wozu das ganze ganz einfache kiste also der ein oder andere von euch wird vielleicht ein garten haben wurde ja die ein oder andere gemüse art pflanzt und so ist es bei uns natürlich auch wir pflanzen meistens immer im spätherbst so richtung oktober vielleicht sogar im november rein zwiebeln und knoblauch für das darauf folgende jahr und in der regel kauft man immer noch vielleicht ein bisschen mehr und hat ein bisschen was übrig weil das kann man ja auch noch so in der küche benutzen aber wir hatten dieses jahr so viel über dass wir uns gesagt haben hey gucken wir doch mal was man da so indoor mäßig mit machen können und siehe da man kann damit einiges machen gut jetzt wird sich der ein oder andere auch wieder fragen hey das hat doch jetzt nichts mehr von einer zwiebel oder knoblauch weil das nimmt man doch aus dem boden und da hat man doch die knolle ja ist korrekt aber hier können wir was ganz besonders schönes machen und zwar erst mal zu gucken beim wachsen da sieht man wieder wie krass einfach unsere natur und zum anderen können wir hier unser grün ab einer gewissen länge so wie jetzt zum beispiel können wir dann einfach schneiden wir können das moped hier ernten indem wir das hier abschneiden ich lasse es noch ein bisschen länger wachsen und in der küche verwenden oder mit aufs brot und klein häckseln und dann müsst ihr jeder selber wissen was ihr da am liebsten mitmachen wollt wie gesagt ist auch vielleicht eine schöne sache für für kinder weil man hat innerhalb von einer woche schon ein ähnliches bild wie das hier jetzt und ja versucht dann einfach mal wenn ihr das spaß dran haben wenn ihr kinder habt einfach kleine zwiebelchen oder oder ein knoblauch eine knoblauch knolle nehmen die auseinander bröseln und immer in so einer art schale rein ein bisschen erde rein ein bisschen wasser oben drauf und dann wirklich gucken denn dann kann das kind hier auch zum beispiel mal hingehen und sagen wir kommen jeden tag wird ein bisschen gegossen dann zeigt man dazu ein bisschen halt wichtig keine staunässe weil dann hat man hinterher das gelung da drin und ja da wird dann alles faulig und das mag ja keiner da hat man nicht so was ja und dann würde ich sagen kann man das ganze drei bis vier mal ernten also so haben wir es zumindest in den letzten jahren schon mal gemacht und schmeckt gut und gerade auch nach dem schnitt man riecht sofort was ist knoblauch was ist zwiebel also ich bin super versucht ich wollte es auf jeden fall mal zeigen und ja viel mehr gibt es dazu gar nichts zu sagen ich möchte gar nicht viel labern guckt einfach was ihr damit macht oder was ihr damit nicht macht ich wünsche euch einen schönen tag eine schöne woche und bei